Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu diesem Video. Ich möchte dich ganz gerne nach deiner Meinung fragen. Und zwar geht es darum, ob ich eine DVD mit einigen Workouts von diesem Channel zusammenstellen soll. Der Hintergrund ist der, dass ich jetzt nun schon ganz oft gefragt worden bin, ob eine DVD geplant ist, beziehungsweise ob es eine schon gibt. Und wahrscheinlich wollen die Leute das haben, um sich vielleicht die Workouts auf einem größeren Bildschirm anzugucken und dann mitzumachen oder vielleicht auch eine bessere Tonqualität zu haben durch externe Boxen. Oder vielleicht haben die auch keine Lust, extra direkt immer ins Internet zu gehen und wollen das einfach auf so einem separaten Medium haben. Also das könnten so die Gründe sein für eine DVD. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, natürlich, das möchte ich euch gerne geben, weil die Videos sind ja da, das ist also für mich überhaupt kein Problem. Nur bevor ich damit loslege, wollte ich einfach euch als meine Abonnenten fragen, wie ihr das seht und ob grundsätzlich ein Interesse da ist. Und wenn ja, wie groß ist dieses Interesse? Deswegen meine vier Fragen an dich. Erstens, hey, hast du Interesse an so einer DVD, ja oder nein? Zweitens, wenn ja, wie viele Videos sollten da drauf? Drittens, welche Videos sollten drauf? Welche Workouts wünschst du dir dann auf dieser DVD? Und viertens, was wärst du bereit, für so eine DVD auszugeben? Ja, es wäre super schön, wenn ihr mir eure Kommentare unter diesem Video hinterlasst. Schreibt mir einfach alles auf. Je mehr, umso besser. Dann kann ich mir ein gutes Bild davon machen, ob es wirklich für euch interessant ist. Und dann, wenn es so sein sollte, dann solltet ihr das natürlich auch kriegen. Also, ich freue mich auf den Austausch. Lasst es mich wissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Orana.